GL und AG Was ist GL und AG, warum sind es zwei verschiedene Produkte, die aus Ganoderma-Pilzen hergestellt werden? Obst und Gemüse enthalten die meisten nützlichen Substanzen, wenn sie voll ausgereift sind. Aber es gibt noch ein anderes Stadium, das Alter der Pflanzen, in dem sie für unsere Ernährung sehr wertvoll sind, das ist der Anfang, wenn sie gerade keimen. In diesem Stadium enthalten sie einen völlig anderen Satz von Inhaltsstoffen, die für Wachstum und Entwicklung notwendig sind. Dies ist auch bei Ganoderma-Pilz der Fall, die junge, 14 Tage alte Myzillium wird zur Herstellung von GL-Pulver und Kapseln verwendet, die voll ausgereiften, drei Monate alten Pilzkörper zur Herstellung von AG. Nur Dxn beschäftigt sich mit dem Extrakt aus jungen Pilzen, dessen Hauptwirkung darin besteht, das Immunsystem zu stärken und die Sauerstoff-Transport-Kapazität der Zellen zu erhöhen. Es energetisiert und erhöht die Gehirn-Kapazität. AG, hier gestellt aus reifen Pilzen, wirkt ebenfalls energetisierend, hat aber eine stark reinigende und entgiftende Wirkung, verbessert die Blutkonsistenz und unterstützt das Nervensystem. GL und AG ergänzen sich gegenseitig, daher ist es eine gute Idee, beide zu konsumieren. Die Temze